allererste runde badwars ich bin... ja wahrscheinlich auch... tue ich das auch frozen 8x1 und ich verreck instant locker easy ich hab nen klick... ich hab nen klickspeed von zwei sekunden ey jetzt pro sekunde der hat zwei klicks pro sekunde lasst mich ich hab auch... ich hab auch nen klickspeed von zwei sekunden zwei cps digga ich hab nen klickspeed von zwei metern hab ich ey alter was hat... ey ne hacker op range op range das hat klickspeed ist drei kilo ne hacker hacker er kann einfach... er kann einfach... ne hex ok nick das krieg ne gravity in die schwestern hax 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 ey was machst du denn niklas oooh ey igeln kann ich auch nicht mehr und der eaglet einfach zu mir der spaß die aber warum ich ne eisefliege gemacht hab oh doch ich kann noch igeln als ob du das abbaust go da komm... ich schlieg mich wieso schliegst du das shadow alter richtig krass eingebaut er ist gefällt oh mein gott ich bin gerade dabei er ist einfach gefällt LAPPEN haha er kann nicht igeln was ist denn das denn ok ok er fällt... er zieht durch das igeln bis vor meiner base und dann verkackt er das ist dann echt lappig es braucht seine zeit jaaa oh ey ich muss echt mein klickspeak wieder trainieren ey ich klick wie so ein behinderter aber richtig hast du schon vorher gemacht das hat keiner gesehen hast du was gegen meine alter leg mich am arsch ich geh mal so richtig langsame hilfe kann mir der klickspeetraining geben ne ne regelt ok ja hab ich geschafft ähm wer macht das denk ich unseren youtube kanal äh ist meiner nicht unser ja spaß ok könnte man doch echt nehmen oder so ja meinetwegen wenn ihr wollt potty die werden sie scheiße machen flieh doch und das ist wild ein kill mein erster badwars kill er kriegt nicht einfach noch ok jetzt er sieht komisch aus ich mach ok ihr macht jetzt unsere youtube videos ja jo tobe jetzt getrackt gut nächste woche alle premium plus alter leg mich am arsch nächste woche alle premium plus joo getrackt weil der ganze clan auch alle dann premium plus bekommen würde ja klar was doch ich glaub nicht dass das serverteam das machen würde doch 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 ich kenn die gar nicht komm ist mein onkel ne scheiße der hat der hat viel ich hab gomme groß ich hab gomme groß gezogen genau du hast ihm das iglen beigebracht ja darum ist er auch so gut dem iglen gert enjoy du lappen haha ich hab nen kill gemacht leute seid ihr stolz auf mich ne ich hab zwei kills gemacht sogar schon immer ok ich hab knockback aber egal ok schönes gut nein wer hat da den weg abgebaut papa er hat noch auf papa okay ähm ich kann nicht mehr in den das war schlimm so hab ich mir grad einen bleib einfach frei und ne kein problem du bist halt gekriegt ah ok gott ich muss das unbedingt wieder üben kannst du ja den neuen clan suchen hier hochgegeben er ist gedreckt er kann auch in dekadenz gehen da ich brauch ein eisen da warst du nicht als ob der eisenschwert hat logisch ich bin gar nicht so scheiße vielleicht sollte ich öfters mal ne woche pause machen ah ja ich hab nen kill gemacht ey wie willst du die äußerste schicht mit glas oder so damit man das so jetzt das erste mal dass ich versuche zu igeln Leute wer will gucken der sollte jetzt nachjoinen ja wir lieben alle die runde die wo wir durchgehen durch die ah ja 3 blücke 3 blücke 3 blücke oh gott bin ich scheiße alter gott bin ich scheiße bei mir ich wollte schon sagen da hätt ich gar keine chance ey jungen das ist 101 der hat mitte ich hab noch ne chance versteht warum flöche trance ja das alter dein ernst ja come on ähm die runde geht 8 minuten grad ooooh kackreuz 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 oh mein gott orgasmus wie ganz ich eagle alter ooooh kiaaa hojo alter ich nehm mich da gbfner wenn ich das nochmal mach alter ooooh nein ne sir nein die hat mein mit geh weg geh weg du arschloch ich hab 80 gold du hä was machst du da 80 gold gesafed 80 gold heihooo heihooo 80 gold heihooo schnick amau oh leute oh ich hab das ganze aufgenommen erste runde bad wars nach 10 tagen alter ich sag's dir dat enjoyed youtube ey wie ich die runde so voll rasier nein er ist bei mir ich hab keine brust nein mit 20.000 gold du arschloch nein ich wollte die runde gewinnen ich wollte die runde gewinnen du spaß boah nee alter ich schwitz schon wieder so richtig ey pfff das ist halt sehr elegant aus wie du da runter gefallen wird ey das ist so ein nappen dieser typ aber ich hab ich bloß beim schocken grad im augenblick ja natürlich bin ich schlechter an ich hab 10 tage lang nicht gespielt was erwartest du xx-pw du wirst trotzdem noch besser als nick boah juli alter ist es dein ernst mein gott ey und ich dachte ich würde nicht mehr so ragen aber doch anscheinen schon ey jetzt stellt er sich in meinen spawn rein und spawns ��er mich really ok komm doch hol mich er hat mich geholt er stellt mich halt mit eisen er will mich die ganze zeit runter gegen aber schafft es nicht er backt im block er backt sich einfach in den block rein der spaß es ist das auch noch so ein back user was ist das für ein hässlicher back user jetzt mal ganz im jahren ist der muss man da umgehen wir haben mich spawn trappt ich einfach bann alter ich enjoy ihn sofort hier ich teil sofort aus bands ich bin wieder da ich habe ihn einfach gekillt was ist das für ein lappen mein gott ist das ein lappen ich habe immer noch bekommen mein gott wie scheiße kann man sein bitte erzählt mir alter er ist pink er hat ein eisenschwert und ich mache ihn nur mit einem scheiße ich habe gewonnen getrackt vier kills erste runde leute bin ich nicht gut gut antwortet nicht ich finde mich jetzt gut gut